Take a trip to my house Also Nein, das mach ich unten Ich mach das bis ganz runter Schon wieder Wasser Wo hab ich Leder? Hier hab ich Leder Schärfe 1 Jetzt müsste ich auch noch irgendwo Boah, ich find hier gar nicht mehr zurecht So, das sieht doch schon mal schön aus Na, tut es nicht Wow In der Höhle gefallen Och ne, jetzt fehlen wir Balser Treppen hier wieder Das heißt ich muss Verdammt, dann kriege ich Dann hab ich zwei Balser Treppen umsonst Dann mach ich mir einfach eine Balser Bank hin oder so Ich glaub ich mach aus den ganzen Fäden, die ich hab mal wolle Mach doch Ich hab so viel Stacks Fäden Äh, ich hab glaub ich anderthalb oder so Das ist krank, die braucht man doch zu nichts anderem, oder? Nein, du könntest den Canvas Bag mal bauen Theoretisch Dafür brauchst du den ganzen Stack Wäre so ein Vorschlag, das erleichtert echt einiges Finde ich Ich hab vier Stacks bis jetzt gefunden Fünf Ich hab fünf Stacks Fäden Mach mir echt mal Wolle Ich glaub ich hab... Lol, da sind... da ist ein Spinnennetz Das bedeutet ich glaub ich hab so einen... Minenschacht gefunden anschein So, jetzt hab ich nur zwei Fäden Hast du dir jetzt ganz Wolle gemacht, oder was? Ja, jetzt hab ich ein Stack und Fizzern Wieso hast du mich nicht aufgehalten? Wieso brauchst du doch? Ist doch gut Ach ja, das war ein Scherz, Mann Schlag mich nicht Oh doch, ich werd dich fragen So richtig voll in... ich weiß noch nicht Ich hab ein Holz mehr verbraucht, um ein Holz zu sparen Ich war zur nächsten App Theoretisch schon, wenn man das so sieht, was ich Grabe getan hab Hier Was habe ich getaaan Das klingt so, als wäre das irgendwie... unnötig Ja, das ist so unnötig pal ah ok hey ich muss losrufen wenn er dieses Warte was hat er denn noch mal gesagt was ich so aufgeregt hat keine Ahnung ja nee was hat er ich darf mich nicht jetzt ärgern ne der hätte bleiben können kommt da jetzt mal Sandstein rein so lol irgendwas kommt hier gerade nicht hin nein ich hab die ganze Decke zu niedrig gemacht und das ist mir die ganze Zeit nicht aufgefallen das ist irgendwie dumm blöd blöd das ganze zweite Stock wäre die ganze Decke muss ich nochmal aufmachen hell so eine scheiße alter weiß wie das aufregt glaube ich glaube ich glaube ich alles deine Schuld ja ok ich nehme das so gelassen ne ja voll stumm was ist einfach so hin cool ne ah Telefon ich geh ja jetzt nicht ran ich muss mal ganz kurz runter mir was zu trinken holen ja soll ich äh Aufnahmepause machen nö ja 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 die Frage ist nur wie mach ich das jetzt weiter oh äh müssen wir mal oben gucken wie viel Sand noch fehlt da fehlt da fehlt jetzt ein Sandblock da kann man die ganze Fuhre reinlegen ich bin wieder da oh das ging immer sehr schnell ja ich hab mir doch nichts geholt lol ich hab jetzt eben das Zimmertür dicht gemacht äh ich hab schon wieder keine Wolle mehr das gibt's doch nicht he 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 so zwei davon wie weit hatte ich das immer gemacht eins zwei drei Alter kann das jetzt mal vorbei sein hier das nimmt echt kein Ende hier also na gut Sand habe ich jetzt endlich also diese Sandflöte zu sagen hab ich jetzt oder diese Sandhöhe sagen wir mal Sandhöhe das wird sich besser da hab ich jetzt endlich durchbrochen okay jetzt bin ich irgendwie in so einem Marmor-Ding drin und baue Marmor ab den ich momentan gar nicht brauche lol jetzt schenke ich dir ja mal irgendwann irgendein Typen ich könnte Indigo-Die gebrauchen da hab ich glaube ich kaum was muss ich gucken hast du denn Indigo-Blump? sag doch muss ich gucken also schluss jetzt auf die Kula da so ähm nim 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 Oh, cool, die brauche ich. Will mein eigenes ME-System, das wird auch bald passieren. Keine Sorge. Man sucht die Freunde, das wird auch noch passieren. Das ist da jetzt die Fläche. Da lasse ich das so. Das ist auch nicht tiefer. Das heißt, hier kommt Eingang rein. Oh, Alter, so viel. Ich brauche auch wirklich so viel. Also, Quarzkristalle brauche ich echt. Also, Quarzkristalle, das würde ich wirklich gerne gegen meine Indigo-Virume austauschen. Quarzkristalle? Okay. Ja, und das auch, aber nicht so viel, aber ich brauche mehr Kristalle. Verdammt, das würde ich dir. Was kann man damit denn machen, wenn du so Lust brauchst? Eine Art ME-System, eine Art automatisches Lager. Naja, nicht direkt automatisch, sondern einfach nur so eine Art... ...so wie die Request-Pipes, also die Bestellrohre. Ich drücke da drauf und kann mir rausholen, was ich gerade möchte. Ach, du Kacke, mein Balsaholz ist alle. Was passiert, wenn ich jetzt hier Lerche reintue? Das sieht schon aus. Was passiert, wenn ich jetzt hier so Lerche reintue? Sieht das aus? Das sieht aus, als hätte ich nicht mehr genug gehabt und versucht, rumzutricksen. Genau das habe ich getan, aber drei... Jol. So, so. Okay, das muss ich anders machen. Das geht so nicht. Ich hole wieder ab. Dann nehme ich lieber die vier Balsaholz. So. Da mein Dach zu niedrig war, muss ich noch eine Reihe Marble Bricks da drüberziehen. Deswegen ist es gar nicht schlimm, dass ich zu viel hatte. Jetzt habe ich wieder zu wenig, also von daher ist der Tag gerettet. Oh, das ist gut. So, jetzt bin ich mal gespannt. Woraus mache ich das kleine Dach? Ich gucke mal, ob Fichtenholz vielleicht eine Lösung wäre. Wie viel zu dunkel, das passt hier nicht hin. Das geht nicht. Fichtenholz kann ich nicht nehmen. Dann nehme ich wahrscheinlich doch Lerche lieber. Weil Lerche habe ich noch keine Nutzung für. Also, damit ist das ja besprochen. Wir nehmen Lerche. Ich brauche mal eben eine Art Fichtentruhe, also eine ganz normale Truhe. Da kommt jetzt also Zeugs rein, was ich gerade nicht brauche. Balsertreppen, Kirschholz, Lerche. Ich komme die zweimal hier hin. So. Gucken wir mal, wie gut das ist. Wenn nicht da ich ihn umsonst gecrackt habe. Aber ein Versuch ist es ja wert. Guckt's mir, dass die ganze Zeit nicht aufgefallen ist, wundert mich. Was? Dass sie ein ganzes Stockwerk falsch ist. Ich meine, das muss man doch irgendwie sehen, wenn man mal rausguckt. Ist sie anscheinend nicht. Stumpf. Ich werde mich jetzt umbringen. Wacht uns. Okay. Bis dann. Loll. So, wenn wir da. War schön. Ja, das glaube ich. Alter, sieht das geil aus, obwohl da nicht mal ein Dach drauf ist. Ach, Dankeschön. Ich rede eigentlich von... ...manen Inselhütten... ...Häuslein. ...manen Inselhäuslein.